Ich glaube, ich habe das schon einmal erwähnt, ganz am Anfang, als ich hier war und ich möchte das nochmals erwähnen, also ich glaube, der ägyptische Fussball muss ich mal fragen, ob das gut ist, ob das Fairplay ist, denn die Spieler ständig am Boden sind, denn es ist egal wo, egal wann, das war sogar in der Champions League sogar so, dass ständig Zeit schinden, ständig liegt irgendeiner am Boden, der gar nichts hat und versucht irgendwie ein paar Minuten zu schinden, Torhüter liegen am Boden und ja, es ist für mich die Frage, ob das, ob man das, ja, vielleicht die Trainer mal mitnehmen sollte, oder vielleicht den eigenen Spieler mitnehmen sollte, ob das gut ist, ob man das weiter so handhaben will, Ich denke, man könnte es auch mit Fussball lösen, dass man Fussball spielt und versucht so, die Zeit rundherlaufen zu lassen. Ich denke, das ist nicht so, dass wir das Fairplay und Kora spielen 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 können, aber es ist alles so, dass wir alle anderen spielen 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 können. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich denke, wir haben die erste Halbzeit nicht so gespielt, wir haben ein bisschen Probleme gehabt, um uns zu finden. Die zweite Halbzeit war dann besser, wir haben dominiert, wir haben besucht, das Tor zu erzielen, wir hatten Möglichkeiten, die erste und zweite Halbzeit. Aber leider war heute das Tor zu und das ist natürlich auch gut möglich, dass die Spieler zwei Tage ein Spiel haben, dann ist es schwierig, dass man jeden Tag frisch ist im Kopf. Und das dann natürlich geben wir auch die Leute, die wir können, und dann durch das nur ein Not-Snot ausgeben. In der ersten Halbzeit hatten wir einige Probleme in der ersten Halbzeit. Wir hatten Zeit, weil wir in der ersten Halbzeit waren, in der ersten Halbzeit waren, in der ersten Halbzeit waren wir sehr gut, wir haben in der ersten Halbzeit. Vielen Dank. Und jetzt die Frage, wir haben heute 0-0 gespielt, das ist zum ersten Mal seit Lagen, dass der Halbzeit zu 0 spielt. Nachdem er 3-0 gewonnen hat, was ist passiert dann vom letzten Spiel auf das heutige Spiel, dass das Ergebnis so ist? Zweite Frage dann über Kandusi, hat er seine Aufgaben erfüllt, die sie ihm dann gegeben haben? Ja, also wir wissen ja, dass das 3-0 unser Wunschergebnis ist, aber dass es natürlich immer noch einen Gegner hat, der auch was einzuwenden hat und der stark verteidigt, macht das natürlich schwierig. Und wir hatten heute Möglichkeiten, aber wir hätten ein Tor schießen müssen, dann hätte es vielleicht noch ein zweites geben können. Aber das war heute nicht der Fall und das muss man auch als Trainer natürlich akzeptieren. Vielen Dank. Kandusi hat versucht nach vorne auch den Buse zu setzen, hat defensiv auch gut gearbeitet und war natürlich auch für ihn schwierig wie für die anderen. Wir waren heute nicht so frisch im Kopf. Wir waren heute nicht so frisch im Kopf. Wir waren heute in der zweiten Halbzeit, da waren wir alle vor den 16, also unser Gegner, und das muss so frisch sein. Und der Kopf ist nicht so frisch wie die letzten Spielern. Wir waren heute in der ersten Halbzeit. Herr Pirzi Tau spielt immer nach vorne, seine Bewegung ist immer gefährlich, aber er guckt nicht ganz oft zu seinen Mitspielern und das hat auch manchmal zu Problemen geführt. Was ist Ihre Meinung dazu? Nein, das sehe ich eigentlich nicht so. Er ist einer, der natürlich das 1-1 sucht, ich verlange das auch von ihm, dass er das Drickling sucht, dass er Risiko nimmt und er hat heute eigentlich am meisten Torchancen gehabt. Leider hat er kein Tor gemacht, aber er war aktiv, er hat versucht und klar, wenn man nicht spitzfindig sein will, dann kann man sagen, da hättest du vielleicht dem spielen können oder dem spielen können. Aber das ist natürlich so, dass Stürmer eher dann vielleicht mal ein bisschen mehr riskieren, was auch gut ist, weil wenn sie vorbei sind, kann das gleich ein Tor machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.